Hi und willkommen zu einem weiteren Let's Play in Bloodborne. Ja, das Hauptspiel, das habe ich ja mittlerweile durchgezockt gehabt und ich wollte mir auch noch den DLC reinziehen. Ich musste leider dann auf New Game Plus noch einige Schritte machen, damit ich den überhaupt starten konnte. Also man muss bis Vicar Amelia spielen, also in der großen Kathedrale und diesen komischen Schädel da benutzen. Und dann taucht das hier Döns hier auf, was man dann braucht, um da hinzukommen, wo der DLC ist. Man kann da nicht einfach so rein starten. Musste ich auch erst nachlesen, weil ich dachte zuerst, okay, den kann ich einfach aus dem Menü starten, aber das war dann halt nicht so. Klammer insammeln hier den Spaß. Zum Alptraum des Seegers. Eine Misgestaltung wird dich aus. Ah, okay, gut. Genau, dann müssen wir gleich nämlich nochmal zu der normalen Oedon-Kapelle. Und da, wo das eine Monster immer gegriffen hat und einfach nur wild durch die Gegend geschleudert hat, das ist dann quasi der Eingang zum DLC. Ich hatte auch gelesen, weil ich habe es ja jetzt in New Game Plus. Wenn man es auf Standard spielt von Anfang an, wird Level 65 empfohlen. Ja, na gut, ich habe jetzt ja, musst du selber erst mal kurz nachschauen. Wo bin ich? 131. Aber ich denke mal, da der DLC nicht unbedingt global zimperlig sein soll mit ihm, sollte das recht angemessen sein. Ah, okay. Dann können wir ja einfach mal hinstöpern. Obwohl halt, wenn ich eben mal hier bin. Gucken. Waffe. Muss ich was reparieren. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Schön. Noch ein paar Monster kloppen. Ne, halt. Doch, genau. Ja, ja. Musst du hier auf mein New Game Plus noch ein paar Wege freischalten. So auf das Schnelle. Das Schöne ist, wenn man die Gegner immer kennt. Obwohl sie in kleine Stücken stärker sind, kommt man dann ganz gut gegen die. Klar. Fand ich schon mal gut. Na Mutti, was geht? Ja, ja. Ich habe aber schon welches. Ja, okay. Schade, dass man da nicht mehr mitnehmen kann. Gut. Oh. Stimmt, den habe ich auch hier. Den habe ich auch noch nicht voll gekaut. Ah, ihr Ehl. Habt ihr wirklich gedacht, das funktioniert? Und jetzt fort mit euch. Verstand verschwindet. Ich kann den Gestank eures lügnerischen Atems nicht... Ja, ja. Okay, mehr passiert jetzt hier nicht. Ihr bütet euch. Da sitzt dieser Bettler. Ganz unten in der verdammten Nahrungskette. Und plötzlich benimmt er sich, als ob man ihm nicht trauen kann. Was will er überhaupt mit den ganzen Leuten? Ah, danke. Dieser alte Mann. Ihr habt ihm von diesem Ort erzählt. Na ja, er redet nicht besonders viel, aber trotzdem... Es ist auf jeden Fall gut, dass er am Leben ist. Und ich hatte irgendwie gehofft, dass meine Bitte an euch Ihnen... Na ja, letztlich war nie zu besonders viel Nütze, wisst ihr. Na, ich bin froh darüber. Okay, ich dachte, ich kriege jetzt noch irgendwas. Nein, eben nicht. Gut, okay, jetzt aber noch zum DLC. Äh, graue ich hier jetzt welche rum? Nö, cool. Genau, hier müssen wir hin. Oh, habe ich noch gar nicht eingesammelt. Na komm, greif mich. Verflucht die Monster. Verflucht ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Auf! Okay, cool. Ah, neue Gebiete. Schön, schön, schön. Ähm. Ähm. Verwirrung? Das irritiert mich jetzt hier ein bisschen. Okay. Ähm. Okay. Okay, das ist anders. Das ist neu. Aha. Irgendwelche übelsten Matschklumpen. Aha. Oh. Gleich mitnehmen hier. Okay, kann man den Seiteneingang hier noch nutzen? Nö. Der ist zu. Mal schauen. Hier runter. Jetzt nicht. Alles klar. Dann kann ich jetzt erstmal von der Richtung her aus nicht viel verkehrt machen. Schick, schick, schick. Schick. Schick, schick. Oh, schöner ist absuchen hier. Oh, da liegt noch. Oh, da geht es lang. Hm. Typisch. Musste ja so weiter gehen. Mit mehreren Wegen. Treppe? Oder seit Weg? Oh, Gegner. Die ersten Gegner? Nein, jetzt bin ich ja mal gespannt, was die aushalten. Boom. Der hat die einfach mal so weggeklatscht. Ich hoffe, der ist Freund. Oder nicht? Na, das geht ja gut los. Na ja, voll den Jäger gleich am Anfang. Oh, woher denn das jetzt hier hin? Da hinten waren ja auch noch die Stufen. Na, ach du Kacke. Jetzt weißt du doch nicht, wo ich jetzt erst lang latsche. Oh. Alte Jägerhandschuhe. Okay. Zack. Gleich mal gucken. Was haben die für Werte? Hm, okay. Gegen Stich. Wahnsinn, ist ein bisschen höher. Feuer und Blut. Na gut. Haut mich jetzt noch nicht so extrem vom Hocker. Ach, das sind die, wo Art Standard-Jegner ist. Hey. Kumpel, komm mal klar. Hey, Mann. Da oben war es vielleicht auch. Okay, jetzt hieß es mir aber auf dem Kranz. Ah. Oh, Mensch. Okay, und ich hatte jetzt schon Panik, dass ich vielleicht überpowered sein könnte. Gut. Ich glaube, darüber wollte ich mir Kendi-Dank machen. Dann sind ja hier schon einmal anfangen mit solchen Gegnern hier um die Ecke kommen. Hm? War da ein Hinweis? Ach, nee. Ach, nee. Das ist Geist ansehen. Alles klar. Und was kann die Mütze? Hm, das macht ja irgendwie alles nicht wirklich besser. Das finde ich doof. Ja, ist noch schlechter. Ich dachte, ich kann mal hier vielleicht mal abwechselnd ein bisschen was anderes ausrüsten. Hm, naja, physische Abwehr. Ah, gut. Alles klar, dann geht es hier nicht weiter. Dann muss ich ja doch wieder hier hochkaufen. Oder da. Gibt es nichts. Ah, genau so. Erst mal hier einen Überblick gewinnen. Platz oder da lang? Das ist die große Frage. Wie schnell man doch was vorsehen kann? Okay, der ist kaputt. Oh, da hinten stehen welche. Ah, okay. Na, dann gucke ich erst mal hier. Oh, Hund. Hier. Oh, auch mal eine neue Sorte. Zumindest optisch. Oh, ich höre irgendwas größeres atmen. Oh, hier Tipp. Das Gläubige werden verschont. Tritt vor. Wie doof ist das denn? Ach, ich habe dich doch schon gesehen. Merde! Hey, komm mal klar. Genau so machen wir das hier. Hau doch zu! Hm. Toll, jetzt sieht das hier auch noch lang aus. Oh, macht mich doch nicht nervisch wach. Ich mag doch sowas auch nicht so richtig hier. Oh, da ist irgendeine Falle. Das Wauwi. Das Wauwi. Oh, das... Ah, Tremme. Oh, das klingt nicht gut. Aber kommt bloß nicht näher, oder? Habt ihr Schiss, was? Stimmt ja mit dir nicht. Okay. Von was zücken die hier zurück? Hm. Ah, hässlichen Kränen. Lass mich in Ruhe. Oh, schön. Abkürzung. Schon mal gut. Abkürzung sind was Feines. Ah, jetzt hätte ich mich dann doch runterfallen lassen müssen, erst. Ein bisschen Blutviolen. Oh, jetzt will ich das Item dann natürlich haben. Äh. Oh. Okay, also suche ich mir hier gerade Stück für Stück die ganzen Klamotten zusammen. Aber wenn sie mich nicht stärker machen, sind die für mich ziemlich uninteressant. Ähm. Da warst du wohl jetzt zu langsam, Kumpel. Du musst akzeptieren, Dickerchen? Mhm. Das ist noch ein Hundi. Oh, so viele Wehe. Da hoch geht's auch noch und das ist eine Falle. Alter. Na, lösst ihr Mist doch da oben mal aus. Mann, seid ihr doof. Na, jetzt habe ich doch die Klamotten noch bei der alle voll oder nicht? Oh, ja. Oh, scheiße. Das ist also da jetzt auch zu einem Boss, oder? Ähm, will ich schon zu einem Boss? Ich bin hier gerade mal reingestartet. Aber es kann geil so raus. Ähm. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das jetzt zurück ist. Hey. Spielst du? Oh, scheiße. Oh, jetzt ruf doch einer. Nein, 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 weg, weg, weg. Jeck mich doch. Lass de meilen. Allerhülle. Mann, oh Mann. So ein Krebel. Ja, also ich glaube unterlevelt willst du das hier nicht spielen. Oh. Okay. Jetzt wird es langsam. Zeit für Öl. Scheißen. Wundersame Statue. Schließlich ruhig kann es kaum roppen. Kacke. Da hinten ist aber auch noch so viel gewesen. Scheiße, renne ich einfach mal hin. Ach, was soll's. Wenn ich drauf fehl, dann kann ich immer noch vorne rum suchen. Oh, bitte lass es jetzt kein Boss sein. Bitte nicht. Ich bin noch nicht so ernst. Oh, das hat gezuckt. Bitte sei freundlich. Bitte sei freundlich. Augenanhänger. Augenanhänger. Okay. Was kann der? Augenanhänger. Augenanhänger. Äh, äh, äh. Ja, so viel Scheiß. Hm, okay. Äh. Ach, da. Was, Augenanhänger, der den OP-Altar freischaltet? Es gibt zwei Kathedralen im Traum des Seegers. Eine liegt jenseits des Blutflusses. In der anderen befindet sich die private Forschungshalle der Heiligen Kirche. Nur ausgewählte Mitglieder der Heiligen Kirche oder ihre bedauernswerten Patienten können mithilfe dieses Auge die Forschungshalle betreten. Gib dem OP-Altar Schädelaugen. Ah, okay. Ah, okay. Also du warst hier voll das Experiment. Alles klar. Warum auch nicht? Schön. Dün, 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 dün. Gut, dann würde ich aber wenn ich raten müsste behaupten, da jetzt da jetzt doch dann bestimmt zu eignen den Blutfluss oder? Aber jetzt will ich ja doch mal wissen was da unten noch ist. Ich kann ja hier nicht einfach wie so ein Ochse bloß von A nach B rennen. Das hier nicht. Das können wir so nicht machen. mal hier noch irgendwas da war ich mal hier noch die ganzen anderen Scheiß einsammeln Mensch Was hast du für ein Hinweis? Vorsicht, behandle den Verlorenen welchen Hinsichtlich behandeln? Macht ihr was oder greift ihr mich an? Hat das einen Grund dass ihr mich ignoriert oder? Muss ich das jetzt verstehen? Nicht wirklich, oder? Oder? Was denn? Jetzt kommen die ja alle angerannt oder was? Wollen die mich fäbeln? Die ihnen machen nichts und den? Das war ja ein hässlicher Schrei Okay, jetzt mich Riecht das an der Lampe? Was ist denn, wenn ich die ausmache? Hä? Schnelle ich nicht Ich habe voll Angst aber warum? Oh, was war denn das jetzt? Oh, was war denn das jetzt? Okay, warum? Okay, das ist ja über 2000 Erfahrungspunkte also das kann ich nicht ignorieren Ach, jetzt muss ich wohl noch bis ganz hoch rennen oder was? Okay Ich weiß nicht, was mit Oh, was ist denn der ist? Oh, kacke Oh, das hat den Gärfenhammer Oh, ich will doch auch mal angreifen Fuck Komm, lass mich weg, weg, weg Lass mich in Ruhe Ah Wir sind doch Bedejäger Oh, das ist ein Machen Ja, der Lack ist offen Kumpel, was stimmt bitte nicht? Wir sind die Kollegen Mann, oh Mann Und dann kriegst du so eine verkackte Blutfeule Ja Mann, oh Mann, oh Mann Stress Gewürm Okay, was ist das jetzt schon? Gewürm, gewürm Wurzel der Unreinheiten der Menschen Windet sich in Dreck Hä? Eine tausendfüßlerartige Kreatur Die auf erfolgreiche Jagden Von Ligajägern entdeckt wurden Gewürm das in Dreck Ja, ja Unreinheiten der Menschen Die Liga hatte sich zu aufhabe gemacht Äh, was vielleicht Verwirkt sich etwas Gnade In dem Wahnsinn Diejenigen, die Gewürm sehen wollen Können dies Wenn sie sich dazu entscheiden Werden sie mit unendlicher Zielstrebigkeit Versehen Ähm Irgendwie so absolut nichts sagen Dann wollen wir auswählen Mal gucken, ob man das denn auswählen kann Vielleicht kann man sowas aber auch hier so einen Wolf geben Die haben wir uns richtig gemacht Oh, jetzt bin ich von euch hochgerannt Wiss ich jetzt auch nicht wieso Mann, wie stuf Okay, hier ist erstmal nichts Aber wo kam der Typ eigentlich her? Ist der von da oben runter gesprungen? Gut, zumindest haben sie nicht übertrieben Als man irgendwo gelesen hat Ja, ist es schwer Mal wenn das hier schon der Anfang ist Und man schon so irgendwo einen Latz kriegt Oh, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Was passiert denn da, wenn ich so Jetzt greifen sie mich an Das ist Ich habe jetzt so einen Worm Was passiert da jetzt so? Oh Was denn immer? Machen sie was? Immer nicht Auch nicht schon wo Oder so immer Oh, schön daneben gekloppt Verzieh dich Oh, klasse Äh Boah Der Hälste nicht aus Das Schlegste da über den Drübber Guck mal, echt Du brauchst So eine Therapie Oder sowas von Mann, oh Mann Warum hat der jetzt schon Oder Panik vor mir? Verstehe ich nicht Das hat bestimmt eigentlich eine Bedeutung Immer greifen sie ihn an Immer nicht Hier hat man ein bisschen Respekt Die löschen Tja, hier liegen so ein paar easy Punkte Leid noch nicht Nee Hm Kann ich das hier öffnen? Nö War klar Oh Da liegt was Ja, wollen wir hier nichts zurücklassen Hier komme ich wieder hoch Oh Halt erstmal den Scheißhütten einsammeln Mh, kann man die Tür hier aufmachen Was, du bist eingeweiht, oder? Und der Zeit für verborgenen Pfad Aha Ist ja wirklich so verborgen Äh Hä Wieso Hinweis? Muss ich hier irgendwo Was bedienen, oder? Vorsicht, behandeln, Blutechos Hä? Also gibt es jetzt nur den Ehenweg da oben, oder was? Weil hier geht es ja irgendwie gerade Im Moment nicht richtig weiter So heißt man da schlauer werden So, irgendwo lag doch hier noch was rum Ah, genau Hier, mal rein Oh, ich hatte vorhin irgendwas gefunden War das eigentlich eine Waffe? Ich hatte gar nicht so Der Löffel passt Bisschen Schlitzer Überheilung Ah Auflagen kann ich da wo nicht? So was Achso, nur als einfach Hm, wirkt erstmal nicht schlecht Oh, na gut, okay Das hat ja bestimmt eh noch Keine richtige Power Das ist mit Sicherheit Wurde erstmal zig Level reinstecken müssen Nur Abkürzung Kann ich freischalten Da oben war ich Wo war es denn jetzt? Unten ging es erstmal nicht weiter Hm, dann werde ich wohl hier lang müssen Ich gehe mal stark davon aus Zeit für Öl Okay, ich dachte schon Das ist irgendwas Okay, sieht zumindest cool aus Das muss man schon mal sagen Oh, ja, Hauptsache jetzt In so einer Rotze rumschießen Aua Was für ein Streuerschuss ist denn das? Oh, wo steht denn die Scheiße Alles rum? Oh cool, da kann ich jetzt nicht ruhig aus Das ist ja immerhin Oh Gott Oh, mir levelt noch sicher madig Oh, ich brenne Okay Äh, hier Waffen wechseln So wird das gerade nisch Na, guckst du, ja Oh, war das andere Ding da? Blödes Kackteil Schön Was erinnerst du dich an Geländer Oder so? Und die Gläubigen werden verschont Achso Naja, toll Liegt hier noch irgendwo was rum? Nö Na gut Nö, geht's weiter Hoffentlich kommen wir bloß nicht noch Ne, das sind normale, oder? Das ist kein Jäger Und na, Jungs Was war das denn jetzt da? Oh, schon mal was denn? Ochse Hier, frisst das Speise ich auch mit Zeitbomben um, sicher Natürlich kommt der nicht näher in dem Moment Tick, tick, tick Okay, deine Zeitbombe ergibt irgendwie keinen Sinn Die wirkt irgendwie sehr nutzlos Hier, komm mal her, ja Zack Mal kurz ne Axt vor drüben Zeitbomben um, sowas blödes Gibt hier gar keinen Sinn Ihhh Oh, das sind doch die Viecher aus Cain Hörst Ja, wo? Oh, die waren da schon übel ätzend Äh, warum? Äh, okay, einen anderen Weg hebt gerade nicht Oh, haben wir wohl ein bisschen Licht hier Oh, was war das? Was spielst du? Oh Wo kommst du denn her, Mensch? Naja, ich will jetzt hier nicht einfach blind drunter springen Ach, jetzt wiese ich erstmal hier ein bisschen, wo ich bin Ah Ach, der ist kaputt Oh Okay, schön, erstmal Sprengfalle Danke So, aber irgendwas habe ich da gerade gekriegt Und ich weiß gerade nicht, was es war Eruptionshammer habe ich bloß irgendwas gelesen Ah Okay, das ist der Hammer, den da Der Jäger da die ganze Zeit hatte Guck ich mir den mal an Mal kurz raus, irgendwo ins Licht Ich hoffe, hier ist jetzt nicht einfach ein Gegner Okay Klingt so ein bisschen nach dem übelsten Schwinger Ah, das Schlimme ist, ich müsste die erst alle erstmal anstellen Aufwerten So haben die aktuell nicht viel Sinn für mich Oh, hier komme ich auch Hoch Gut Dann kann ich halt hinten drunter springen Din, 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 din Guck mal, wie viele das sind Okay, ich habe die aber stärker in Erinnerung Okay, wenn die jetzt nicht so flink sind, wie die Viecher aus Cainhurst Könnte es noch gehen Könnte es noch gehen Könnte es noch gehen Nee, wir räufst mich in die was Spinnt ihr? Jo Wie die bescheuerten Oh, das war ich nicht schüttet Okay, das war ich nicht schüttet Ja, komm her. Mann, oh Mann. Oh, ich hab schon mal auch noch 10.000. Ich muss doch wohl aufpassen, dass du nicht stirbst. Mensch, das ist ja ein ganzes Level. Mal vorsichtig. Ganz ruhig. Bleib schön stehen. Oh, scheiße. Pflück doch nicht immer gleich aus. Wir können das doch ganz ruhig angehen lassen. Nur einer. Au, 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 au. Heilung, Heilung, Heilung. Mensch. Geht vor. Gut. Die ersten haben wir. Oh, jetzt ja auch noch weiter. Zuflucht ist effektiv vor ein bisschen. Aha. Oh, eins. So, ein Kumpel, Junge. Hey, hat der sich jetzt einfach weg teleportiert? Boah. Boah. Hat der nicht... Spinnt der? Hallo? Du kannst ja nicht mit mal Mimikern um die Ecke kommen. Spinnt du? Oh, na, klasse. Das war jetzt überhaupt. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Heilung, Mensch. Oh, okay, das... Fanny, jetzt gibt's hier so viel weh und ich weiß nicht mal, wo ich hier gerade rumtrample. Hält aber auch was raus. Oh. 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 Oh, jetzt tun wir auch einen Keks mit dem, ich hätte lingern. Oh. Oh. Oh, jetzt verzieh' ich. Oh. 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 Bilt der mich jetzt hier oder hab ich den getötet, ohne es mitzukriegen? Oh. Ey, 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 ey! Boah, du bist doch so ein... Der kippt aber auch nicht um das Aas. Mann, oh, ey. Oh, nur 10.000 weg. Oh, ich kann katzen. Ich muss ja den ganzen Bekloppten nicht da jetzt wohl noch hinrennen. Ach, nö. Das ist doch scheiße. Schnell durchflitzen, erst mal das Zeug holen. Jetzt hier noch mal gegen alle Eier und das ein bisschen... Bleibt alle mal geschüttet. Wo muss ich lang? Da. Oh, ich hoffe, der Handstick ist nicht auch wieder da. Oh, ich bin hier im Kranz, Leute. Ich will da bloß zu meinem Zeug zurück. Oh. Nervtöten Sissox. Kommt der da jetzt etwa irgendwo raus? Nicht euer Ernst. Oh, jetzt muss ich das ganze Schieße-Dönze auch mal machen. Kacke, gibt's denn hier keinen kurzen Weg runter? Ah, blöde Knarre. Okay, jetzt muss ich gucken. Einen schnellen, einfachen Weg da runter. Ich will erstmal nur das Zeug haben. Ach, hier war ja auch ein Jäger. Ja, ja, verzieh dich. Scheiße, Alter, mach doch mal die Tür frei. Oh, kotzt mich an. So war das nicht geplant. Äh, schnell durch. Wo sind sie denn da? Äh, wo war's? Äh, scheiße, hier übrigens rüber. Hm. Oh, jetzt verfolgt ihr mich auch noch was. Oh, du Ekel. Verzieh dich. Hier, greif den da an. Äh, ich will erstmal nur meine Limpe flachen. Äh, was bist du für Hinner? Ähm. Scheiße, liegt das jetzt hier rum? Oder muss ich einen Gegner besiegen? Stimmt. Verdammt. Scheiße. Das weiß ich auch nicht. Boah, dann erkennt man das nochmal in den Augen von den blöden Viechern. Ach, der. Hat hier eine andere Augen? Na cool, jetzt sehe ich nicht eh eine einzige Sicht. Okay, das ist jetzt ein ganz großer Mist hier. Ah. Ah. Oh, das ist eine Grütze. Au. Leute, bleib doch mal ein bisschen. Könnte mir nicht erstmal hier eine Sekunde Zeit lassen? Oh, du ekeliges Dreckvieh. Oh, mein Zeug habe ich nicht mehr durchgekriegt. Scheiße. Jetzt sag mir nicht, ich muss da hinten rin. Ich hatte eigentlich, ich kenne mir noch das ersparen. Scheiße. Was soll jens großer Mist? Der verbrüht mich da. Der verbrüht mich da. Oh, da liegt es. Möchte ich hierbleiben oder verpisse ich mich erstmal? Oh, ich verbrüht mich erstmal. Sicher, sicher. Hier hinten habe ich noch 30 andere Wege. Okay, jetzt muss ich mich wohl an Dio vorbeiboxen. So ein Mist. Wie ist ein Feuer eigentlich irgendwie? Naja, nicht so. Boah. Oh, mei, in der Fresse. Kann doch nur, bitte mal nur Ener. Ener spuckt ihn an. Die anderen muss kloppen. Na ja, komm her. Das ist Vieh. Mädels, nur einer. Könnte ich mich glatt schon drauf reden? Scheiße, jetzt bräuchte ich mal so eine Lampe irgendwo in der Nähe. Wäre mal echt cool. Jetzt muss ich mich erstmal überhaupt durchboxen. Boah, die spucken denn mal die? Ah, du stinkst hier. Widerliches Gerät. Mann. Oh. Das klingt nach irgendwas größerem. Da hinten Trämmer hoch. Ja, natürlich. Boah, jetzt hast du noch. Hey, Sotomaz. Boah, jetzt seht ihr mich auch hier so ein bisschen auf dem Schwimmer. Boah, der macht ja Dauerfeuer. Kann ja durch den Faden hier durchschießen. Scheißen, ja. Ist das ein Jäger? Ja. Kenner. Von da her, wenn ich draus. Ja, von da hinten kann jeder. Oh, natürlich. Oh, ich flüge aus. Oh, jetzt nehmen wir hier Kanonen. Und jetzt haben wir hier einen Diode mit Gift. Oh, das ist gerade so viel das Juten. Ey, 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 ey. Was ist denn jetzt falsch? Nur einer. Oh, jetzt häng ich fest. Oh, hier lassen Sie mal die scheiß Zierfassung. Mann. Das ist sie mein. Können wir es mal aufs Einblick noch beschränken, bitte? Oh, das ist... Natürlich trifft der. Ich roll doch schon. Was soll ich denn mal noch machen? Oh, du bist so gescheiße. Ich komme ja nicht zu nischt. Oh, du bist doch so. Oh, jetzt muss ich ja den ganzen Lich wüller natschen. Du verarsch. Will doch jetzt hier. Oh, Gott. Nimm ich hier gerade an. Das kann doch nicht sinn. Wie unfair ist denn man das? Kann doch nicht sinn, dass du hier aus Dreiecken beschossen wirst. Wie willst du denn da vernünftig kämpfen? Kannst du mir das mal bitte verraten? Natürlich ist meine Lupe wieder weg. Schön. Hilf mir ja mal ja auch nicht. Oh, alles Kacke. Oh, ich dachte, ich wäre vielleicht schon überlevelt. Aber nein. Jetzt kriege ich schon am Anfang so tierischste Schnauze poliert. Da freue ich mich aber ja nicht mehr so auf den ersten Pass. Verschwindet alle. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Toll. Ich würde aber eigentlich diese, weiß ich nicht, 140.000 eigentlich haben. Ach, natürlich. Ach, scheiße. Die waren ja auch noch hier. Ja, hier lassen wir rein. Nee, weiter. Komm, komm, komm. Wenn das dämliche Schuss hier dünnst, wie es nicht wäre. Ich muss doch aber irgendwo mal eine Lampe geben. Ach so. Ich muss auch mal ein bisschen aufpassen. Also hier unten drunter ist Kacke, da hinten die Brücke ist Kacke, links aber auch noch ein Weg. Ich muss das mal eben finden, der halbwegs human ist. Aber mein Zeug liegt jetzt dahinter. Das stört mich ja natürlich eigentlich auch mal tierisch. Na hier, kommt mal zu mir. Aber bevor der Jäger kommt, schlaft mal nicht ein, Jungs. Oh, der kommt ja schon. Och, Leute. Ach, da muss es halt so gehen. Natürlich hänge ich jetzt hier fest. Logisch. Oh. Ätzend, ätzend. Ich würde nichts auflangen, oder? Oh, natürlich. Nicht mal schnell durchrennen kannst du. So, wo ist meine Lumpen? Jetzt höre auf, wie zu schicken. Scheiße, der steht hier. Mann. Oh Gott, heil, heile. Okay, vielleicht muss ich auch Pistole ausrüsten. Ach, das ist doch der, der Zeichen, oh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, hinten sind ja noch mehr von den Viechern. Warum machen die sowas? Hinten ist ein Tunnel. Scheiße, da hält nix auch noch lang. Die sind hier schon ziemlich gemein. Das muss man gehen lassen. Oh, ist das eine Lampe? Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Wundersam Zuflucht? Ist das wirklich eine Zuflucht, oder? Flieche gleich eben vor den Latz. Freund oder Feind? Er macht irgendwie nicht so. Kumpel? Okay, scheiß mich hier ruhen zu lassen. Ah, gut. Ihr seid ein Jäger bei eurem gesunden Verstand, was? Ihr habt wohl die falsche Abzweigung genommen, hm? Tja. Wir sind uns ähnlicher, als ihr glaubt. Das hier ist der Albtraum des Jägers, wo alle Jägerenden, die trunken von Blut sind. Ihr habt sie schon gesehen. Ziellose, wandernde Jäger, geifernd wie Bestien. Das hier ist, was die armen Narren zu erwarten haben. Also, seid nicht unbesonnen. Kehrt um, bevor es zu spät ist. Es sei denn, ihr habt ein Interesse an Albträumen. Ähm. Ich sag einfach mal, Albträumen sind fast hier. Ah ja, ich verstehe. Ihr ahnt ein Geheimnis im Albtraum und könnt es nicht ertragen, dem nicht nachzugehen. Als ob der Geist von Bergenworth in euch weiterleben würde. Solche wissbegierigen Jäger finden den Albtraum reizvoll. Aber nehmt euch in Acht. Geheimnisse sind aus gutem Grund geheim. Und manch einer möchte nicht, dass sie enthüllt werden. Insbesondere, wenn die Geheimnisse ganz besonders ungebührlich sind. Nehmt euch in Acht. Geheimnisse insbesondere. Ja, scheiße. Das ist jetzt voll das Tor. Kacke. Äh. Was? Oder nicht? Ne Abkürzung. Oh, ein Mann frei. Oh. Ja. Definitiv. Kann ich mal wesens kurz den Scheiß retten hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Das begrüße ich sehr. Ja, Abkürzungen sind immer was Schönes. Oh, ja. Tja. Leveltechnisch kommt irgendwie sehr wenig bei rum. Ausdauer ist eigentlich auch nicht so niedrig. Hm. Ja, ein bisschen mehr Stärke, oder? Tja, kann ich mich jetzt echt ein bisschen schwer entscheiden. Oder mehr Resistenzen. Obwohl, eigentlich bin ich gerade noch jemand so dabei. Komm, erst mal ein bisschen Stärke. Ja, ja, schön. Gucken, kriege ich hier noch was zusammengekratzt. Halt erst mal, Raffe. Reparieren. Ne. Gucken, kann ich die ein bisschen verstärken? Oh, ich hab's da viele. Ah ja, die Grundsteine. Also auf Level 3 kann ich sie erst mal bringen. Das ist ja jetzt nicht der Hit. Hatte ich nicht noch eine? Ach, da. Was haben wir da? Einen Zwillingsblutstein. Naja. Oh, hebe ich die noch ein bisschen auf? Für den Fall kommt noch eine coolere. Hm. Gute Frage. Na, ich warte noch. Oh, hatte ich eigentlich eine Pistole gekriegt? Bis jetzt? Ich glaube nicht, oder? Ja. Ja, man kann nur noch ein bisschen hochziehen. 360. Könnte man ja spaßhalb auch mal ausrüsten. Mal eine Kanone mitnehmen. Mal gucken, wie das blöde Vieh so ist. Wie viel hat mich das jetzt gekostet? Hatte das jetzt eine 12 verbraucht? Kann das sein? Das muss ich doch nochmal nachgucken. Hier, ich nehme mal ein bisschen Wasser aus meinem Inventar hier. Tatsache 12. Okay. Das ist schon recht viel. Also, kannst du, musst du wirklich überlegen, wenn du das Ding abfeuerst. Äh. Wie war denn das? Irgendwie, ich hatte es da gelesen. Irgendein Grabstein. War das der hier hinten? Wo ich zurück konnte? Ja, gut. Okay, aber ich noch einige Levels brauche. Ich gehe davon aus, irgendein Bossgegner und die werden mich so derbe vermöbeln. Ja, und wieder hier. Tja, die große Frage. Wo lang? Ich habe nämlich hier keine richtige Pein. Da hinten war ja noch was. Da war noch was. Zu viele Ecken. Zu viele. Ach stimmt, die sind ja auch alle noch da. Kann ich mich da anschleichen? Äh. Du siehst mich nicht? Hier, du Sau. Das hast du davon. Da unten jetzt lang. Wie gesagt, da hinten durch die Tür hängt es ja auch noch. Die machen es ja eben echt nicht einfach. Ach, hier steht auch noch so ein Heini. Ach, hier geht es auch noch hoch. Oh, Leute. Das ist jetzt aber ein bisschen fies. Nichts hier außer Gegenstand. Ne, Gegenstand nehme ich da gerne. Schutzmann-Handschuhe? Mhm. Zweimal her. Wo ist denn das? Okay. Stich hier drunter. Bisschen Gift. Warnsinn ist auch. Äh. Aber Gift ist bei dir da unten jetzt aktuell auch nicht so verkehrt. Da ein bisschen Schutz zu haben. Henker-Panzer-Handschuhe. Aber da fällt Wahnsinn runter. Oh. Geht Gift aber hoch. Okay, noch hat es mir nicht so viel angetan. Ich habe mir noch so mein Arkam-Ding drinne mit 100 Resistenz auf alle. Tja. Jede Frage. Wohin? So, das sind jetzt einfach nur die sind einfach nur da. Ich ignoriere die mal ein bisschen. Die haben die kurz rausgebrochen. Ich hoffe, das ist keine Falle oder so ein Scheiß. Oh, lacht da was? Ah, scheiße. Wie viele sind denn das? Zwei? Ne, drei. Das ist ein bisschen sehr viel. Ne, das kann ich mir auch später noch holen. Erstmal ein bisschen vorankommen. Äh. Das wäre eigentlich auch eine coole Mechanik, wenn man einen eigenen Hund rufen könnte. Das wäre auch cool. So, zur Unterstützung. Aber ich muss auch sagen, dass... Äh, der Deal ist hier. Ist auch alles ganz schön vertrackt. Ich meine, das Hauptspiel war schon vieles verzweigt. Aber hier... Und irgendwie fühlt es noch schlimmer. Da, siehst du, da hinten ist schon wieder eine Ecke. Kann man in die Tür? Nö. Ah, und da ist natürlich ein Hund. Alles Dreckbeen. Natürlich. Nein, lass mich ja aus der Ecke raus. Wo kam denn der jetzt eigentlich schon wieder her? Das muss man mal ganz oft eher verraten. Jetzt hör doch auf, mit deiner Scheiße zu schießen. Oh, nervst du mich. Der lässt sich aber auch nicht. Mal, ist nicht. Zurück. Drängen. Ich hole die, Junge. Nein! Das wird ihm schon ein bisschen was abvollziehen. Du hässige Krähe. Mann, also die Jäger hier. Das ist schon... Ne, meine Geschichte. Ich habe gerade diese unheimliche Geräusche gehört. Macht doch nicht so ein Lärm, Junge. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, die Dinger bewegen sich ja. Tun die eben was? Oder ist das nur Deko? Okay, passiert zumindest nichts, wenn ich da drauf einprügle. Oh, ey, die Geräuschkulisse ist ja toll. Naja, mit Leid, weiß ich nicht. Hm. Okay, da ist Lampe. Kann ich das jetzt abkürzend freischalten? Nö. Natürlich komme ich da nicht hin. Und hinten hängt auch eine Lampe. Kann man da was machen? Zeigt die auf irgendwas Bestimmtes? Nö. Na gut, hätte ja sein können. Cool, ich weiß nicht mal, ob ich hier in der richtigen Ecke bin. Vielleicht gibt es aktuell noch einen etwas leichteren Weg. Und ich grauche wahrscheinlich im schwersten Wille rum. Hm, was ist das? Achso. Also kann ich nicht benutzen. Hä? Warum wirkt das so, als könnte man das benutzen? Starker Feind voraus. Ach. Mal umschauen hier. Ich muss dann bestimmt wieder hier hoch, wa? Ach komm. Dafür spielen wir uns. Ich hoffe einfach mal, es wird nicht so schlimm. Oder es war der Jäger, der mir gerade auf den Sack ging. Oh. Nee, ist das ein neuer Jäger. Das ist aber flink. Nein. Na, du trau dich. Ah, wie ist es noch gestreift? Das sind aber auch flink, die Jägers. Das ist eigentlich uns traurig, dass man da nur so ein Müll bei denen kriegt. Je Wurm. Schon will er. Ich weiß doch, damit ja auch nicht anzufangen. Besschen Jäger Seif. Aha. Wird das jetzt schon mal? Immer wieder das Falsche. Immer wieder. Seif. 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 Besschen Jäger Seif. Aber es wirkt doch wie der Sägesperr. Macht doch kaum einen großen Unterschied, oder? Hm, okay. Was hier? Ne, ist ja komisch. Lässt sich eigenwillig kämpfen. Ich bleib dem vorerst mal wo doch weiterhin bei meiner Axt. Oh, kann man da rüber? Naja, okay. Anscheinend nicht. Die Rollstuhl ist jetzt echt toll. Oh, man kann doch das offen. Dann muss man rüber können. Na, wenn ich mich vorsichtig drauffallen lasse. Ah. Oh, du musst nicht runterfallen. Irgendwie stinken die Dinger noch. Irgendwie Abkürzungen nehmen. Ich weiß mal auch nicht. Hm, was haben wir hier schönes? Schutzmanngewand. So, jetzt hebt mir doch auch irgendwas mal, was spürbar stärker ist. Das wäre doch mal nett. Und auch fair. Immer alles nur so teilweise. Oh, Blitz 120 Schutz. Okay. Hanggassewan. Grundsätzlich nicht schlecht. Aber die meisten greifen mich aktuell immer alles noch mit physischen Scheiß an. Kann man da irgendwie hier hin? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, oder? Na gut. Und wieder die olle Leiter hoch. Naja, zumindest habe ich alles fleißig abgesucht. Ich bin am richtigen Ort. Warum sieht das hier so nicht schön aus? Ich sehe nur Platz. Keine normalen Gegner. Das ist doch ein Bosskampf, oder? Kacke. Hm, wieso habe ich hier jetzt mal so ja keinen Elan zu? Scheiße. Oh, so einer. Okay, der war aber machbar. Außer der ist jetzt noch stärker. Ey! Mit was für einer Scheiße ballert der jetzt hier rum? Das ist die Meere. Ganz dumm, was ich hier mache. Ganz dumm. Natürlich. Nichts. Oh. Na, klasse. Was? Wie konnte mich der jetzt da treffen? Das ist wiederum. Weg, 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 weg. Ja, wunderbar. Und die Unkippen. Scheiße. Heilung. Heilung. Oh. Was ist das denn so? Oh. Oh, Schelzius. Ja, kommt endlich das hellste Pando man. Sowas nerviges. Könnt ihr denn nicht einfach sterben? Okay. Ja, was hast du denn? Kann ich sowas hoch? Klopfen? Ähm, mal gucken. Gibt's das? Ähm. Hinsetzen, beten, kontaktieren. Was ist das? Machen wir einfach mal. Höh. Okay. Na, ich dachte, ich kann vielleicht auch irgendwie klopfen oder so. Quatsch. Hä? Okay. Mehr kann ich nicht machen. Kann ich den von seinem Klopfen befreien? Hm, okay. Blutveole? Sag ich nicht. Boah, ich siehste, jetzt haben wir schon wohl auch mehrere abgespellen. Habt ihr noch gesehen, da hätten wir doch... Scheiße, wer willst du denn? Kommt denn das Vieh jetzt schon woher? Mh. Ich meine, es ist da hinten noch so ein großer Ochse. Ist der noch da? Hey, wo ist der hin? Oh, ach, der steht ja da voll gut. Scheiße. Voll übersehen. Ah, lass mich das mal hin. Und nochmal einen. Sicher, sicher. Ähm. Was? Ey, Kumpel! Was war doch nur noch eh ein Schlag oder so. Ach, die kennen ihn auch hier auf die Ketten gehen, ey. Oh, ich will die auch nicht alle ignorieren. Es fühlt sich dann auch falsch an. Oh. Wenn die Laufwege nicht so penetrant wären. Ach, scheiße, ey. Ein paar mehr bessere, so eine Lampen, also so Speicherplätze. Ja, irgendwie Verteilung. Das wäre eigentlich eine echt gute Sache. Oh, scheiße. Verzieh dich. Nein. Ekelhaftes Biest. Ähm. Ach, hier sind ja die Hunde wohl auch junger. Scheiße. Ach. Oh, nur aus dem schnellen Weg. Hier. Hey, schießt er eben auf mich? Kommt gleich weiter, kommt gleich weiter. Äh. Zack. Schön, meine Lumpel liegt hier. Hm. Genau, B ist wohl da. Scheiße. Hat er nochmal hingeklopfen? Kommt, ihr lacht doch. Hier war doch auch irgendwas. Es gibt hier eindeutig viel zu viele Wege. Oh, was klingt. Oh, eine Lampe. Oh, richtig geil. Ja, das finde ich erstmal richtig schön. Siebchen, Lämpchen. So, cool. Was krieg ich bei dir? Hey, 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 renn mal nicht weg. Ich brauch doch den Loot. Oh, Blutsteinbrocken. So, ja, schön. Oh. Ach, natürlich. Äh. Hä? Ernsthaft? Oh. Also, was ich hier draufgehe, das hältst du am Kopf nicht aus. Oh, da kriegst du ja Kopfschmerzen. Jetzt bereue ich es ballisch schon, dass ich das Ding hier auf New Game Plus gemacht habe. Also, ich hätte mit meinem Level vielleicht auf dem normalen Speicherstand erspielen sollen. Scheiße. Echt jetzt. Echt mehr als furchtbar. Äh, nee, vorhin ist es lang. War das hier unten? Ja. Oh, kacke. Äh. Wo ist mein Zeug? Oh. Ey, hier lieg ich ja. Hier kann ich ja eben beschwören. Dann kann doch ein Boss ja auch nicht so weit weg sein. Aber was mich für ein Meer stirbt. Wo ist mein Kram? Ach, da oben steht der Hund. Oh, nee. Der hat so leichte Augen. Nein. 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 Ach, der hat... Die drücken aber hoch. Ey, hallo? Oh, stimmt doch einfach. Oh, kann ich da ein paar Mal daneben gehauen. Ach, der hatte jetzt mein Kram ja auch nicht, oder was? Okay, das ist jetzt aber ganz blöde. Und wer hat jetzt mein ganzes Gedöns? Das waren 100.000. Ich bin mir grad nicht sicher. Ich glaub, ich möchte hier noch nicht runter, oder? Aber man kann sich hier eine Hilfe holen. Na, schon mal gut zu wissen. Kacke, wer hat jetzt hier meine Lump? Das nervt mich doch viel mehr. Ja. 100.000, die sind nicht so zu unterschätzen. Könnten bestimmt die Hunde haben, oder? Komm, 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 komm. Ich will mein Kram wohl haben. So nicht. Ich hab hier nichts zu verschenken. Oh, natürlich. Okay. So. Ach, da hinten ist ja schon so eine Klappenpratze. Oh, jetzt hab ich mir auch was eingeteilt, ja. Hä? Hä? Och, ihr Kumpel, lass mich doch einfach in Ruhe. Erstmal hier ein Stück zurück. Okay, bei dem Wauwi war's schon mal nicht. Natürlich kommt der mir jetzt hinterher. Ich sag mal, kannst du mich auch mal rumgelassen? Oh, jetzt ist es so riesig. Ich verarschle mich, Alter. Oh, die jemli aber auf den Keks mit ihrem Scheiß. Oh, Mensch, ey. Okay, also egal, was ich jetzt mache, ich kriege nur noch auf die Schnauze. Und mein Blutkram ist auch weg. Super. Echt, das läuft. Okay, jetzt. Also ein Gewohnung, die krepelt hier vorbei. Oh, ist das fies. Das ist echt fies. Ich hab so das Gefühl, ich könnte hier locker nochmal 30 Level drauflegen. Würde trotzdem noch auf die Schnauze kriegen. Äh, gut. Na ja, okay. Ich würde ja gehen, will ich dran vorbei. Oh, der hat meine Lumpe. Scheiße, der Kanon-Typ ist ja auch noch da. Kann ich den irgendwie herlocken? Natürlich. Ich bin der Kanon-Typ. Awaa. Oh, ich bin der Kanon-Typ. Alter. Ah, der wird aber auch nirgf... Natürlich trifft er in Air-Natur. Oh, das war klasse! Nein! Ach, du bist so einsam! Ich hab zwar gehört, dass sie schwer sind, aber so habe ich hier aber auch nicht gewettet. Okay, gut. Es sind halt die 100.000 weg. Ich will hier auch mal ein bisschen weiterkommen. Oh, kotzt mich das an. Das kotzt mich so dermaßen an. Das macht doch so ja auch keinen Spaß, ey. Ja, wo du hinrennst, nur auf die Schnauze kriegen. Ist hier viel? Hier muss es doch irgendwo mal auch eine humanere Ecke geben? Oh, kacke. Scheiße. Von Emrod zum nächsten. Aber hier ist nicht mal ein Hinweis in der Nähe. Oh, seid ihr gemein? Also, entweder ist das ein Gefall oder ein Bosskampf. Ach. Bitte, helft uns. Ja. Eine hässliche Bastille. Oh, etwas Schreckliches lauert. Oh, wie ich den in der Luft gekommen bin. Aber... Oh, was... Oh, was ich denn? Oh, was ich denn hier? Oh, was ich denn hier? Oh, was ich denn hier? Oh, was du? Oh, was ansonsten? Komm! Voll am rumschreien, das blöde Vieh! Vorsicht! Ach, wie nervig das ist, wenn große Gegner noch eine ziemliche Reichweite haben. Oh! Wo ist es denn? Weg! 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 Oh! Nein! 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 Scheiße! Oh, ist das unfair! Ja, was ist das? Oder nicht? Oh! 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 Fuck, ey! Ich fies voll am Ausflücken! Boah, leck mich doch! So, Leute! Ihr müsst allen auch eine Chance lassen! Beforscht du mich? Ich hab mich doch gerade mal erst mal... Fick dich! Oh! Scheiße! Ich bereue es fast schon, diesen DLC-Holz! Da unten kacke! Überall kacke! Scheiße! Mist, ey, echt! Ich krieg ja hier nur auf die Fresse! Oh! Ich kann nicht nochmal zu dem Vieh gehen! Dann dreh ich durch! Scheiße! Was ist das? Mach ich da jetzt ja im dümmsten Fall! Ich von dir jetzt hätte mein ganzes Zeug! Scheiße! Das ist doch alles Mist! Ist das doch... Ich fand jetzt jetzt nicht das was wir machen! Das ist ja voll am Ausrasten gewesen! Boah, so richtig Level zusammenkriegen tu ich aber auch nicht gerade! Achso! Ich hab ja ja... Ha! Cool! Ach, Manu! Das hat gerade ein bisschen einen leicht frustrierenden Ansatz! Nehmen wir auf 16! Oh, jetzt haben wir nicht viele! So ein Mist! Ach, das ist doch der falsche Steinmensch! Oh, das ist jetzt auch extrem ehrlicher alles! Hm... Mal gucken, gibt's hier noch was Neues? Äh, anscheinend nicht! Oh! Man kann Brocken kaufen! Okay! 60! Autsch! Das ist aber nicht gerade wenig! Haare der Weisen! Achso! Das ist alles Material! Äh... Knochenaschermaske! Besinn sich das Zeug schon? Ja! Hm... Was ist das? Albtraumkirche? Albtraum des Jägers? Oh, scheiße! Ja, wo denn hier ist das Kacke? Oh, sick! Warte mal! Ich guck mir erst mal nach die anderen Ecken an! Zumindest weiß ich, wo dieses... Weiß ich nicht, was das sein soll... Albtraum-Terror-Fährt... Hm... Ich weiß schon mal zumindest, wo der erste Bossgegner ist! Aber es gab hier immer noch die Ecke da... Mit der Tür, da wollte ich auch noch nicht gucken... Vielleicht gibt es noch einen kleinen Alternativen-Pfad... Mal da, wo ich jetzt gerade war... Da weiß ich jetzt genau... Ich muss bestimmt jetzt... 2000 Versuche... Da investieren, um das Viehblatt zu kriegen... Oh! Ah, komm! Ähm... Wo kam ich denn jetzt in die Tür? Übrigens noch da hoch. Ah, genau hier. Ach, siehst du, da hinten, wo der andere Terrorjäger war, war ja auch noch was. Hier, die bleibt mal alle. Ernst du schmeidig? Kommt jemand heilaufen? Ah, so, ich hätte das fast gedacht. Oh, irgendwie wurm ich das jetzt mit diesem komischen Terroristen-Ferter. Okay, können wir jetzt noch irgendwo in der Schneiderreise? Was ist das jetzt für immer? Was ist das für ein Beklopter? Ja, natürlich hau ich da daneben. Hä? Nein! Mann! Ah, hier! Was haben wir, ist denn noch nicht tot? Ich wollte schon sagen. Feuerhammer-Anzeichen, okay. Mann, oh, ey, du kannst ja in Jahrkehler-Ecke gehen, ohne, dass du irgendwie zu nerven wirst. Also, dass der DLC schwer sein soll, okay, damit haben sie definitiv nicht untertrieben. Abscheidigkeit, Tegelchen, hä? Ach, mehr ist hier nicht, oder wird? Hm, da komm ich ja fast auch nicht mal um den Boss drum rum. Na doch, den Maschinen-Gun-Futzer hier noch auf der anderen Seite gehabt. So ein Mist, aber auch. Scheißen. Okay, nee, das Ding da hinten war ja eine Falle. Oh, verdammt. Das ziehen wir uns nicht nochmal rein. So, na, jetzt irgendwie an die Viecher vorbei. Mal gucken, ob ich den Maschinen-Gun-Futzi-Platt kriege. Ja, ja, hier, komm. Ihr bleibt alle da, wo ihr seid. Oh, jedenfalls ist auch kein anständiges Kraut gewachsen. Ich hab auch keine... Was ist denn eigentlich das hier? Okay. Eigent mal die Ding. Alles klar. Guckt der zu mir? Ja, scheiße. Ich will mich da auch... Warte, mich schon gleich sehen. Oh nein. Jetzt wird doch oft mit deiner Scheiß-Spinikern. Ich kann doch da jegen nicht für tun, Mann. Wo soll ich nicht ausweichen? Wird's denn nicht veräppeln? Oh, sowas stinkt aber total. Oh, nervst du mich? Äh, wie ist das? Zeug mal schnell insammeln. Oh, die sind ja noch mehr Gegner. Oh, verdammt. So, hab ich jetzt hier nicht gewettet. Oh, was ist denn das? Fuck. Was hab ich mir hier angetan? Weck den Arm. Oh, der ist ja auch hier. Nee, das ist was anderes. Scheiße. Was ist denn das hier als Gegner? Natürlich von hinten. Oh, Leute. Ich kann mich nicht mehr zum Schlag ausholen. Was ist denn das für ein hessiges Vieh? Boah, die wollen's ja echt wissen, ey. Oh, nee, das tut cool. Oh, nee, genau. So, hab ich mir das jetzt nämlich vollstellt. Was hast du hier verändern? Der macht irgendwie nischt. Das elende Vieh hin. Boah, voll am Ausflücken. Ich seh ja nicht mal anständig was. Nein, 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 nein. Boah, nervt das auch sowas von. Aber man kann's auch nicht zurückdrängen. Ist ja hier so ein normaler Gegner schon im... Boss. Also echt mit dem DSC hab ich mir aber auch sowas von was angetan. Na, Stück für Stück. Nein. Wo spring ich hin? Scheiße. Weg, weg. Aber der kann doch nicht mehr verlaufen. Das verschwindet. Noch nicht? Fuck, fuck. Fuck. Warum stirbt der nicht? Ich hab keine Heidung mehr. Scheiße. Boah, Junge. Und alles für so einen blöden Kack-Glut-Edelstein. Boah, meine Fresse. Also die Gegner hier haben es aber mordsmäßig in sich. Das ist sowas von uncool. Cool, jetzt hab ich keine Heilung mehr. Hab ich jetzt alles an der Ecke hier verbraten. Fuck. Oh, ist der Abbau. Hier einen Blutschleibrocken. Oh nein, der ist auch noch da. Das kann ich so aber auch nicht gebrauchen. Ist hier noch irgendwie mehr? Nein, 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 nein. Fuck. Das ist nicht so hier raus. Und sowas von null Heilung gerade. Das ist ja... Kommt der hinten in den Heilofen? Nein, kann ich ja eh mal hier... Kann ich mal so eine Viola da benutzen? Wow. Cool, gerade viel ist das ja hier ziemlich. Das heißt, ich muss ja zu diesem komischen Pferde-ähnlichen Bossgegner. Na, klasse. Cool, jetzt lauert das Vieh. Oh, nur das. Die lauern ja alle hier. Ich will doch hier übers Bruch rennen. Oh mein, ist das ja fies. Verzweiflung pur. Erhöhnt der DLC jetzt in sich. Das. Genauso habe ich mir das jetzt so vorgestellt. Alter Schwede. Bin ich denn jetzt hier schon drauf gegangen? Acht, neun Mal? Das hätte ich hier echt nicht so erwartet. Das ist echt übel. Vor allem das Schlimme ist, wenn du stirbst. Du verlierst ja auch jedes Mal dein ganzes Gedöns. Ich komme ja nicht mehr dazu, mich aufzuleveln. Alter, vor allem ich habe schon Level 132. Also das hier ist jetzt echt nicht ohne. Das finde ich echt ein bisschen... Hm, semi-geil. Oh, ich bereue es irgendwie schon. So richtig. Warum tue ich mir das an? Ich hätte es überpowert auf meinen ersten Schwierigkeits... Auf meinen ersten Spielstand machen sollen. Ach, was mache ich denn da jetzt so, ey? Die Ecke, die ist hier gerade ein bisschen sehr derb. Scheiße. Ach, da war ja noch das hierter Tor. Kann man da irgendwas machen? Das kann ja jetzt nicht sein, dass ich überall, wo ich hingehe, nur noch auf die Fresse kriege. Das hier ist doch alles nicht. Ach du, lass mich in Ruhe. Da muss es doch hier irgendwie Alternativen geben. Das fühlt sich hier gerade irgendwie alles noch so ein bisschen ungerecht an. Ja, ja, lass mich ja alle machen. Oh. Okay, jetzt. Ach, hinter mir auch noch. Na, danke. Immer greifen sie mich an, immer nicht. Was denn? Na, komm, erst mal die Jungs. Oh, du feiligen kleinen Zweil. Na, danke. Komm, ich bin bloß noch mal an der Tür. Ich hatte doch da vorhin das Ding hingesammelt. Was war das jetzt? Hier kannst du aber auch nichts machen. Zeit für verborgene Fahrt. Ihr seid gut. Oh, danke. Oh, der ist mir jetzt schon noch im Sack. Hallo. Natürlich. Ich soll doch auf mit deiner Scheiße hier rumzuballern. Ey, kann ich dir nun mal eh noch? Und wo hänge ich hier fest? Ich hänge fest, Mann. Ich weiß noch nicht mehr, was ich da zu sagen will. Ähm, okay. Das Spiel dreht hier gerade voll am Rad. Oh, ich dachte mir, okay, spielst du mal chillt hier ein bisschen und dann, boah. Cool. Ich meine, selbst im Hauptspiel habe ich mich nicht massiv dumm eingestellt. Oh, vor allem, ich wollte doch da bloß mal an diesem Scheiß-Tor gucken. Ich habe doch hier diesen Ehen. Genau. Gib den OP-Altar Schädelaugen. Also, muss ja irgendwas irgendwie sein. Ich habe zwar keine Ahnung, was für ein Altar. Oh, das ist aber... Überall diese unterbelichteten Jäger sein müssen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, es muss doch hier noch irgendwelche Alternativen geben. Das kann doch hier alles nicht so... Oh, meine Fresse. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist echt alles mega uncool. Es muss doch noch irgendwo einen zusätzlichen Weg geben. Es kann doch nicht sein, dass mich das Spiel jetzt bloß in die Ehe in die Ecke schickt und ich kann nichts tun, außer mir noch das Schnauze zurückkommen. Cool. Ich komme jetzt gerade irgendwie linksboot richtig weiter. Boah, das nervt einfach noch. Logisch. Boah, das treffen wir denn immer. Boah, Leute. Was geht denn jetzt hier ab? Du feibelt, Junge. Ich komme ja jetzt hier keine drei Meter mehr weit. Das ist doch nicht euer Ernst hier, gerade. Das kann doch nicht sein. Vielleicht bin ich jetzt hier gestorben. Elf, zwölf Mal. Oder noch öfters. Es fühlt sich eher so an, als müsste ich hier gerade noch 100 Level oben draufpacken. Das ist doch alles scheiße. Nee, das geht doch ja auch nicht. Das ist doch unmenschlich. Aber die E-Mailen haben auch keine richtige Chance. Aber die E-Mailen haben auch keine richtige Chance. Mann, oh Mann. Ey, das ist ja echt jeder einzelne Gegner die pure Tortur. Das ist schon echt ein bisschen zu viel des Juden. So, okay, jetzt probiere ich es hier nochmal. Erstmal dir. Das ist ja eh mal angreifend, eh mal nicht. Muss man alles nicht verstehen, oder? Eugend Altar. Was ist denn eigentlich für ein Altar? Gibt es hier sowas wie ein Altar? War ja nicht auch ein Jäger? Wo ist denn der? Ah, jetzt ist der rausgekrochen gekommen. Natürlich kommst du hier nicht. Oh, glaubst du mir jetzt schon? Lass mir doch mal eine Minute. Warum ist der jetzt auch schon wieder da? Wieso? Alles Dreckbillen. Meine Fresse, echt? Anstrengend. Das ist das U-Voltier an Arbeit aus. So, jetzt irgendwie mal gucken. Was hat das jetzt hier? Ja, Hinweis. Du bist eingeweiht, oder? Und Zeit für verborgene Fahrt. Kann man hier irgendwas an den Grabstein machen? Es muss doch bestimmt noch einen alternativen Weg geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur das Ene ist. Sie haben immer sonst Alternativen. Wollten wir doch nicht erzählen, dass es jetzt keinen mehr gibt. Das ist doch ganz großer Mist. Tja, lass uns die Straßen selbern. Ein Jäger ist niemals allein. Scheiße. Kommt hier jetzt auch mal einer, oder? Oh. Jede Töne. Jesus. Mann. Das hältst du doch nicht aus, Mann. Warum sind denn das jetzt so viele? Alles Dreck bin. Meine Fresse. Ach, da liegt hier noch was. Nun, wer schießt jetzt hier schon, oder? Natürlich. Machst du eh noch. Mensch. Kriegst du aber auch keine Minute Ruhe. So, kommt man da irgendwie hoch? Okay. Ob der E.D. Jäger da auch nochmal kommt? Genau. Lustig Spaß im Sein mit Jägen. Klasse. Der ist safe, aber auch nicht noch. Mensch. Junge, 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 Junge. Vorsicht bei einem schrecklichen Feind, ja? Schrecklich. Das trifft es wohl jetzt gut. Mist, aber auch nicht. Ach, ich will da noch nicht so richtig zu diesem komischen E-Post. Der ist doch scheiße gewesen. Mann, der war doch totaler Mist. Es muss noch irgendwo eine Alternative geben. Oh, da hatte ich ja auch schon so weit zählen alles abgegrast. Die Kack hier nochmal. Oh, jetzt hast du da oben den E-Dreckbuckel. So, gibt es hier noch irgendwas? Es muss doch noch eine Alternative geben. Kacke, Mann. Da drinnen müsste man auch noch mal gucken. Gibt es da vielleicht noch? Nein, gibt es nur den E-Dreckbuckel. Scheiße. Okay, Feuer mag noch nicht so. Oh, ich war gerade am heilen. Jedes Mal. Ich kriege aber auch den Schlag nicht hin. Ja, logisch. Verarsch mich nicht. Kumpel, du musst mich auch vorbeilassen. Hier, was ist das? Oh, ist das fies. Nein, nein. Startsakt. Einfach nur ein Startsakt. Keine Gnade für die Körchen. Na, ihr seid gut. Ich bin froh, wenn ihr mich an Leben lässt. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, Blutechos kommt ja einiges bei rum. Wenn wir uns mal schafft, die auch am Ende in irgendwelche Level umzusetzen. Na, gibt es hier noch irgendwie? Ich habe vorhin ja nichts richtig geguckt. Aber hier ist auch kein so richtiger Altar. Das ist natürlich ganz doof. Ne, hier kann ich nichts machen. Boah, ich muss wirklich zu diesem komischen Pferdchen. Ach nee, halt, war da an der einen Stelle, wo ich auch gestorben bin. Stimmt, da gab es doch hier noch. Na, da war, wo man den Jäger rufen konnte. Da hängst du auch noch irgendwo hin, oder? Das wäre zumindest mal noch eine Alternative. Natürlich habe ich jetzt hier wohl auch Kein Teleport-Dingens hier mal in der Nähe. Na, komme ich denn hier vorbei? Naja, bleibt da schön stehen. Jo, dann können wir doch die Abkürzung da nehmen. Tja, 80.000, das bringt mir auch nichts. Das ist noch zu wenig für ein Level. Aber da war ja eigentlich auch ein Teleport gewesen. Ich weiß ja, ich brauche hier auch 100.000 noch was. Das ist ein bisschen sehr viel. Ja, komm, bevor der mich hier irgendwie in den Rücken schießt. Ah, eh noch ist noch, eh noch ist noch. Ach nee, ist nur eine Dreckbuckel. Ah, ich weiß nicht, brauche ich 110.000? Die Viecher sind ja auch schon überstatt von unterwegs. Hier ist ein Molly. Hm, nein, bedingt. Irgendwie muss ich hier ein bisschen Luft und Ruhe verschaffen. Oh ja, nochmal. Ich will mal eine Kanone testen, lieber Spaß. Okay, das hältst du zumindest den Gegner mal um, aber es reicht ja nicht mal für den zweiten Schuss. Ich komme hier irgendwo nicht aus, ansteigend voran aktuell. Wenn ich nicht noch ein paar Punkte brüchte, ey. Ah, komm. Genau. Wir machen das Spiel ja nicht so weiter. Boah, Mann. Ich habe einfach mal, der ignoriert mich. Natürlich, das müssten aber auch unbedingt vier Stück sind. Vier. Hätte mich ja noch irgendwas. So will ich es mir gerade nicht holen. Ich hätte den Teleport nehmen sollen. Scheiße. Nervtötensbies. Junge, 100.000 haben wir schon. Kacke. Deal wir retten. Er rennt noch nicht weg. Okay, das war dumm. Nee, 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 nee. Ich bin mal kurz feige. Mal gucken, das ist eh ein Level. Das kann ich doch bestimmt noch mit meinen Blutechos-Dinger, die sich da eingesammelt haben, ohne erfüllen. Dann würde ich wenigstens das saven. Gott, irgendwie so richtig unproduktiv. Ich habe mir ja noch gar nicht schriftlich gebacken gekriegt. Ich habe zwar den E-Buster gesehen, aber ansonsten... Wie viel brauche ich denn? Ja, ja. 114. Autsch. Das ist ja doch eine ganz schöne Ecke. Was will ich da für mal ernst nehmen? Oh, 20. Okay, nüt. Ich brauche dringend ein Level. Das ist halt noch die Frage, wo steckt man drin? Oh, jetzt wird alles schon sehr niedrig. Aua. Das ist ganz... ganz mies. Ein bisschen mehr Lebensenergie. Ja, wie du es jetzt machst, das ist kacke. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Das ist nicht komplett verkehrt. Mehr Violen. Tja, weiß ich nicht, ob das so... mehr Blut-Echos ist. Mehr Blut-Echos für so Schadensreduktion. Feuerschaden, Arkan-Schaden, Blitz, Gesand-Schaden. Ja, 4% ist zwar nicht extrem viel, aber besser als nichts. Weil die Blut-Echos, also dass ich mehr kriege, bringt mir ja gar nichts, wenn ich sowieso sterbe. Ich dachte, das Ding hier war schon schwer. Äh, Albtraumkirche war das, ne? Dann muss ich den E-Typen da wegrotzen. Und irgendwo konnte man dann doch da einen Jäger rufen. Ich bin, wenn man es richtig anstellt, kann man mit dem Jäger ja unter Umständen auch bis zu dem anderen Boss kommen. Aber jetzt muss ich bloß halt den Krippel wieder platt machen. Der war auch nicht ohne. Irgendwie hatte ich das für den aber stärker. Ach, dann komm doch runter. Oh, jetzt hat er sich auch nicht mehr im Weg, der Kumpel. ein Kopfschirr zu mir. Okay, das hat nicht geklappt. Ah, er kommt nicht mit. So, nehme ich den Kumpel hier gleich mal mit. Sicher, sicher. Alter, Jäger, Glockenläuten. Das ist eine Glockenläuten, eine Frau erschienen. Henriette, okay. Aber ich hoffe, du kommst hier auch mit runter. ist auch ein hässlicher Name. du musst mich jetzt hier tatkräftig unterstützen. Ühü, ohne. Okay, wo jetzt hier? Jetzt ist hier auch zu einem Boss, oder? Was war denn das jetzt? Gegner? Ist das eine Schnecke? Aber eine Audienz mit Kosmos. Wer ist denn jetzt schon mal Kosmos? Wirbelsäge. Okay, eine neue Waffe. Und hier geht es jetzt neugierig mal hin? Was schießt die denn jetzt schon mal? Okay, und hier, hier gibt es nichts, oder wie? Keinen Weg? Keinen Seitengang. Also, muss ich zu diesem hessischen, übelsten, abartigen, komischen Pony, oder was auch immer das ist? Mit dem Ding kann ich nichts machen. Wo rennt denn die Olli jetzt? zwischen oben? Oh, mein, was ist denn? Was ist denn das? Schlimmich jetzt da? Ich hänge irgendwie gerade ein bisschen fest. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das jetzt? Die hat ja auch schon mal Lebensenergie verloren, das ist ja auch ehrlich. Also müssten wir ja in der Theorie den Weg schon vorher irgendwie freimachen. Ja, blöde Glocken. Die Krebel hast du hier auch in der Backe. Okay, hier durchrennen wird jetzt mit der hier eine Spring. Oh, nein, das ist ja. Oh, nein, das ist ja. Natürlich noch nicht. Oh, geh doch auf die anderen. Lass mich doch mal passieren. Stress. Natürlich rennen wir gleich zu dem. Kein Thema. Ammon-Wesens. Mensch, Will. Du kannst nicht einfach wie so ein Ochs überall hinrennen. Oh, geht's ja auch noch ein bisschen weiter. Metzgermaske, alles klar. Zeig mal her, ja. Metzger, 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 Metzger. Hm, auch nur holerbedingt alles. Ich meine, ich habe zumindest einiges an Kram gefunden, aber... So richtig weiterhelfen tut mir das hier aktuell irgendwie alles nicht. Gut, ich bin jetzt mit der eigentlich den übelsten Bogen gerannt. Wäre ja gar nicht nötig gewesen. Kann man hier rin? Ja gut, weiß ich jetzt Bescheid. Oh, jetzt muss ich schon wieder zu diesem hessischen Pony, ey. Fies doch doof. Ach, Henriette. Und Henri, für die dich erschöpfen haben. Du musst nicht auf jeden Gegner losgehen. Wir können auch an denen vorbei rennen. Hän... Oh... Das macht die doch mit Absicht. Aber in dem Krepel, hier habe ich gerade sechs oder noch was. Oh, kriegen wir es mit Henriette hin? Oh, habe ich hier noch irgendwelches Papier? Vorhin hatte ich Feuer benutzt. Ah, hier, Blitzpapier habe ich noch. Mal gucken, wenn wir hier noch... Mal versuchen, hier so ein paar Giftmesser mitnehmen. Gibt es zwar nicht, dass es was bringt, aber... Aber es gibt ja auch keine Alternativen. Scheiße. Mädel, du... Dir ist jetzt klar, du musst das jetzt hier mit rausreißen, ja? Ich bin ja kaum angekommen. Cool. Oh... Warum ziehen die immer so viel ab? Ich bin ja da alle... Mirẫn. Ich bin da... Du kannst nur noch das nicht rausziehen. So rein. Wer ist da? Wenn wir hier von der ganzen Herkarte gucken, Ich bin da oben. Ich bin da oben. Hab ich da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Und da oben. Ich bin da oben. W dólares. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Hier oben! Aber das ist da oben. Au! Das hat jetzt aber mir recht gerne zu deiner Weh zahlen. Oh, das fällt mir ein, die inhalieren, dass er gleich durch. Was? Mein wahrer Mentor. Mein leitendes Mond. Nicht dein Ernst. Cool. Cool. Nein! Fuck! Au! Nein! Oh, das ist doch so unfair. Fuck! Alter! Oh, ich... Mann! Oh, ich bin jetzt schon tot. Und dieses olle Kreischel in dem Kampf. Voll abmerfen. Piss dich! Nein! Oh, du holles Ekel! Oh! 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 Der gibt aber auch keine Ruhe! Oh, nee. Jetzt springt der einfach um. Genau. Das Biest ist einfach nur abartig scheiße. Nein! Oh, nicht diese scheiß Kackattacke. Ich sehe nichts. Oh, das ist doch kein Kampf nicht. Wow. Was soll ich denn da jetzt bitte schön machen? Oh, ist das unfair. Hallo. Ey, wozu versuche ich es überhaupt? Oh, Mann. Oh, dieses Vieh geht mir auf die Ketten, ey. Das hältst du nicht aus. Das kann doch nicht sein. Ist sie wirklich so verkackt schwer, ey. Mann. Oh, das ist einfach ein Rotz. Der letzte Rotz. Oh, von mir das fiel nur auf mich. Ja, wo ist denn Henriette hin? Äh, okay. Oh, jetzt lass doch mal ab von mir. Piss dich. Das ist immer ein... Das ist immer ein... Das ist immer ein gut für ein nervtötendes Vieh. Das hältst du nicht aus. Das Vieh ist einfach nur am Ausrasten. Nein, so richtig, äh, wie sagt man da? Stunnen kann ich das Ding auch nicht. Dass ich mal hier so einen Blutangriff machen kann. Ich mag noch nicht das bisher machen. Na ja, das zieht wenigstens mal einen kleinen Ruck ab. So richtig, wie ich das hinkriege, weiß ich auch nicht. Ja, hier mal mit. Mal gucken hier, Blitz. Ne, halt. Tabletten brauchen wir hier nicht. Ach, das ist eine nervtötende Scheiße, ey. Du siehst aber auch keinen Stich gegen das blöde Dreckding. Mann, 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 Mann. Mal gucken die Kack-Olle hier schon mal noch. Och, wo rennst du denn hin? Geschäfte hier dich doch mit sinnvollen Sachen. Oh, ich hab gleich fünf Violen. Sperre ich mich nicht? Ach so, sind ja eh bloß Kiesel. Oh, es muss doch irgendeinen Scheiß Weg geben, das blöde Vieh. Natürlich! Oh, natürlich rutscht er ein Stück nach vorne. Das Vieh ist einfach scheiße. Ach, ist das ätzend. Ach so, ist das? kaputt und kommen okay was Ja, hier war ich alles schon mal. Ihr wart an meiner Seite. Immer. Mein wahrer Mentor. Mein leitendes Mond. Mein leitendes Mond. Mein leitendes Mond. Ah, so. Ah. Fuck. Hm. Ah, jetzt könnte ich das nicht ausführen. Ah. Komm. Fuck. Komm. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, nervst du mich? Nein. Nein. Komm. Ja, 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 ja. Oh, Startsakt. Oh Gott. Meine Fresse. Oh, hat das jetzt ewig gedauert. Oh, so ein oller Dreckbuckel. Mann, 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 Mann. Da wollt ihr das Spiels jetzt aber übel zu wissen, ey. Puh, hab ich den wirklich noch hingekriegt. Aber dafür, dass das hier der erste Boss ist, muss man echt sagen, scheiße, ey. Oh, junge Mäd, übelst du eigentlich die Pumpe, ey. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe waren. Hast du locker Zähne? Mei, der Fresse. Oh, kann mit dem Ding reden? Sagt mir, guter Jäger der Kirche, habt ihr das Licht gesehen? Sind meine Kirchenjäger die ehrenhaften, hingebungsvollen Krieger, die ich mir erhofft hatte? Äh, was? Sag einfach mal ja. Ach, gut. Das ist eine Erleichterung. Zu wissen, dass ich diese Verunglimpfungen nicht umsonst erleiden musste. Ich danke euch. Jetzt kann ich in Frieden schlafen. Selbst in der dunkelsten aller Nächte sehe ich. Das Mondlicht. Mhm. Oh. Okay. Uh. Noch ne neue Waffe. Schick. Ich zeige mal her, ihr den Mist. Das ist das fette Ding, was der die ganze Zeit benutzt hat. Äh, hier noch Waffen wechseln. Okay. Mhm. Und zweite Stufe. Oh. Oh, das ist ja cool. Nett. Okay. Das ist nicht eigentlich. Aha. Nach vorne stoßen. Cool. Na gut. War zumindest noch ne coole Belohnung, ey. Schick, schick, schick. Oh. Hat sich wenigstens davon ein bisschen gelohnt. Muss bestimmt auch hier stärketechnisch an dem Ding bestimmt noch einiges machen. Ah. Gut. Mein Herz. Das braucht immer noch ein bisschen nach diesen ganzen Rumjequäle hier. Tausendmal irgendwie was Rumje ändert noch nebenbei. Das hab ich glaube schon euch mal aufgezeichnet. Weil ich so oft verschissen habe hier das ganze. Äh. Ja. Gut. Ich würde auch an der Stelle für heute ja Schluss machen. Äh. Ich glaube jetzt hier noch weiter und mit noch nem Bossgegner anzutun ist glaube zu viel des Juten. Ach. Wir haben mir vor, dass ich das olle Ekeldinge hingekriegt habe. Also sag ich damit erstmal. Adieu.